Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars. Ja, falls die letzte Folge sehr kurz war, tut's mir leid. Ja, ich wollte halt ein bisschen vorproduzieren oder bin noch dabei, gerade, damit halt nichts mehr ausfällt. Episode 3, die Rache der Sith. Letztes Kapitel, Darth Vader, Anakin Skywalker, der Einstiege-Podracing-Champion von Tatooine und Obi-Wan Kenobis Padawan hat seinen geheimen Gefühlen nachgegeben und ist der dunklen Seite verfallen. Seine Frau Padma eilt auf den Vulkanplaneten Mustafa, um Anakin von seinem dunklen Weg abzubringen. Sie ahnt nicht, dass sie Anakins ehemaliger Meister Obi-Wan an Bord ihres Schiffes versteckt. Das eigentlich mit interessanteste Kapitel meiner Meinung nach. Ja, moin. Ähm. Ähm. Schade. Alter. Okay, das ist nicht so einfach. Mist. Nein. Okay, ich muss mich links halten. Oh, nö. Oh Gott, das ist echt nicht einfach. Nein. Oh, nein. Zählt das denn jetzt als eingesammelt? Oh, come on. Schade. Schade. Alter, was ist denn jetzt los? Ich sehe nichts. Oh, lol. Ähm. 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 Okay, zwei. Das andere zählt als eingesammelt. Toll, danke. Ähm. 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 Watt, 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 watt. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, da vorne. Schön, wie er mithilft, ne? Ich meine, gut, der ist ja jetzt böse, ne? Der kann sich ja alles erlauben. Hat er eben gerade das Lichtschritte in den Arsch gerammt. Ah, da, was ist denn jetzt los? Ja, hallo? Kann ich, kann ich Gedanken lesen? Nein, warum? Alter. Hä? Hä? Ich verstehe hier leider gerade echt nur Bahnhof. Ach, muss ich da als Anakin weitermachen? Das ist das, was das Spiel von mir will. Hä? Warum kann der Partner jeweils durch? Aber ich nicht. Hä? Okay. 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 Oh. Oh, come on. Aber ich seh nichts wegen den Explosionen. Hä? Warum? Ja egal, das Ding zählt als eingesammelt. Passt schon. Alter. Ach guck mal an. Hä und hier? Ähm. Hä? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ja da komm ich nicht hin. Hallo? Ich hab keine Flügel. Ich bin kein Engel. Teufel. Oder Teufel. Je nachdem. Ich bin kein Engel. Ja, es ist halt echt gar nicht mal so einfach. Wenn das überhaupt der richtige Weg ist. Das wage ich ja zu bezweifeln. Ne. Ich würde behaupten, das geht so nicht. Ich versuche es dann doch nochmal hierüber. Oh, come on! Hey! So, ich bleibe jetzt hier stehen und drücke nix. Gut, alles klar. Spiel, hör auf zu laggen! Oder muss ich hier irgendwas links machen? Gib mir mal die Stats als... Oh, Gott! Weißt du was? Ich nehme jetzt wieder... Weißt du was? Ne, Anakin kann einfach nichts. Der ist jetzt auf der dunklen Seite. Das Schicksal will nicht, dass er überlebt. Warum gehe ich jetzt schon wieder hier lang? Sag mal, wo muss ich denn lang? Okay, warte. Ich habe eine Vermutung. Das hier wird nicht umsonst sein. Ja. Alles klar. Oh, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir gegen das Böse oder gegen das Gute kämpfen. Okay, es tut mir echt leid, aber ich muss gegen das Böse kämpfen, ne? Mach's! Gut, Anakin! Episode 3 gemeistert, Super Story freigeschaltet. Warahyedi. Alter, ich habe jetzt zwei 15 Minuten Folgen. Das tut mir fast ein bisschen leid, aber es ist wirklich nicht zu ändern. Echt so schlecht war ich nicht? Krass! Story beenden. Die Credits schauen wir uns aber ganz am Ende an. Weshalb ich die jetzt noch überspringe. Oh. Oh, oh, oh. Alter, der Bauch, ne? Wo haben die keine Beine? Der sieht gar nicht so verbrannt aus wie im Film. Ja, krass. Ich bin sehr gespannt auf Episode 4 mit Luke. Da bin ich sehr gespannt. Auch wenn ich hier jetzt am Ende etwas mehr erwartet hätte. Aber gut. Aber Darth Vader haben wir nicht freigeschaltet. Schade eigentlich. Vielleicht kommt das noch am Ende von Kapitel... Ach, äh, Episode 6. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf YouTube und dann bis zum nächsten Mal. Es tut mir leid, dass die letzten beiden Folgen jetzt relativ kurz waren, aber meiner Meinung nach immer noch besser wie wenn was ausfällt. Ist meine persönliche Meinung. Wenn euch da lange Folgen lieber sind und ihr euch dann, ja, und dann lieber in Kauf nehmt, dass da mal was ausfällt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann wird sich eine Lösung finden. Auf jeden Fall. Macht's gut. Das ist die Frage.